Naja, das klingt so begeistert Marvin Der weißer, dass wir verlieren Dachte ich, der Dings ist mit, der... Na, wie heißt der? Chandra? Hm? Kratos oder was? Ja, Kratos, dachte ich, der ist mit und hab gar nicht geholfen, weil ich dachte, der fängt vom Bett an, unser Chandra Ich hab's verkackt Ich hab's verkackt In die Fresse Ich hab's verkackt Ah, es ist halt schon nervig, vor allem mit dem Paik zusammen Alter, da hab ich nen fucking hohen Ping Hey Kevin, biet mal einen geilen Internetvertrag an Ja, machen wir Wobei, du drückst immer Leute ab Da hab ich ja nicht Also, Johnny ist hier Soll ich kommen? Na, er ist wieder weggegangen Ja, mein Supporter ist nutzlos Wenn du dich von dem Hero treffen lässt Ja, also Ausweichen Ja, ich bin ein Damage Support Alter, ich bin ein Mann, Multitasking, vergiss es Ja, Multitasking, du sollst ja auch nur spielen Und nicht an deinem Penis noch schrumm Hallo, ich muss ausweichen und lastet Geht's nicht Multitasking Es muss auf jeder Lane Nein, im Jungle nicht, da muss sich nix ausreichen Da solltest du im Idealfall auch ein bisschen zurücklaufen und sowas Damit du nicht ganz so viel Schaden im Jungle bekommst Ich steh einfach da und krieg keinen Schaden Ich steh einfach da und krieg keinen Schaden Ja, geil Wie viel hast du zoppig? Keine Ja, geil Was hab ich mir das vorgestellt Ach, genau Kommt die Schaden da auch noch Ich höre nicht auf Weil die Rechacht ist doch schon ein Verbrauch So, was So froh, der sich immer als kalt Als das Mädchen ihr Leben aushaut Sagt zum Schlie Wie der Vogelspann Das ist aber auch so geil, Alex von Lars hinten zu gucken Alter, was ist jetzt los? Oh, 200er Ping Lass uns mal ein bisschen weggehen, sonst kommt der Dings gleich wieder rein Ja, weil du nix machst Ja, weil du nix machst Alter, ich stehe jetzt einen halben Meter hinter Warte, der kommt Irgendwas ist, hab ich Wo? Hab ich Ne Mama, was? Aber dann habe ich einen 200er Ping Das ist mehr Am besten Kevin verkauft dir gleich drei Verträge Okay Ja, wahrscheinlich kommt das von denen Das Internet Was hast du denn für einen Anbieter? Ähm, ach ne Hast du auch keine Warnung Welche Leitung habt ihr? Hundert Hunderttausend Hunderttausend Geht halt nix Bestimmt hab ich auch noch die Das wenn man seine Verträge bei Daturen abschießt, dann kommt sowas bei, Alex Ja, bestimmt Die ganz normale Connectbox, oder? Trotzbox halt Sollte Schwule Weiße Ja, das ist die Connectbox Die ist so ne hohe Weiße Ist nicht hoch Die ist eigentlich ziemlich flach So, dann hast du eine kleine, okay Hm Dann weiß ich auch nicht was bei euch los ist Ich glaube nicht mit Devolo angelegte, oder? Weißt du, ich kann mal mit der was machen Mit der Mana Äh, nö Der Charney hat den Der Charney hat den Lauf, Alex, lauf Wohin denn? Zurück Oh, das bringt's Naja, du wärst schon gestorben Ja Komm auch mal in die Mitte Ah, okay Sivir hat kein Flash mehr Ach du, da kommen mehrere Hallo Ich bin da mal weg Ich kann leider nichts machen Hab ich nicht Alles Er hat mir einen Raditz die Posten gegeben Riot Halt mich halt da oben aus Hat sie gewonnen Mach aufpassen, die Dings kommen gleich Ja, hast recht Let's kill ihn Das war zu spät Zeug mich Kevin Alter lächerlich das Spiel Ach so, top fehlt Was? Das Sivir hat's überlebt? Ja, fuck Ich doch Sie hatte so wenig Leben Das Ignite Das Ignite Das Ignite Das Ignite hat sich doch Er hat sich geheilt Ach so Bevor du dich Ignited hast Ah, okay Fuck Das hab ich leider nicht mitbekommen Ich hab noch falsche Reihenfolge Ich bin zwar kacke im Lasthitten Alles sehe ich Okay Oh Wir reden ja Flash wieder raus Alter Da geht ja echt nix Oh, jetzt hat er Daher Das ist echt nervig Oh, ich hab ihn bekommen Achtung Pike Ja, was soll ich denn machen? Ich seh, das ist erst zwölf Stunden zu spät Ja Das ist wohl lächelig Das ist wohl lächelig Okay Ich werde schon an die Ulti raus Ich werde schon an die Ulti raus Ich werde schon an die Ulti raus Ich werde schon an die Ulti rauskommen Das war's für heute. Sitz! Also stirbt doch einfach. Mach ich schon. Den Wappi hat sowas von fertig. Hö? Ey, ihr hat ja halb Leben. So macht das Ganze natürlich Spaß. Ja gut. 8-0 Pike, läufts. Ich hab gesagt, tauschen wir. Hat auch nicht viel geändert. Lägen dusch trotzdem. Die Irelia dürfte immer noch keinen Läsch haben eigentlich. Der ist nicht bei uns im Test, glaub ich der Jungler. Doch. Aber ich schau nebenher. Ah, elizier. Jetzt, Kevin, mach ihm! Ich seh ihn ja nicht mal. Ah doch, ich glaub, die hat wieder Flash, weil ich hab auch demnächst wieder. Ich hab nur nen Tick vor mir geflasht. 6-0, ja man. Ich glaub, da ist die Bordung im Konto. Bei uns ist halt komplett SS. Das einzige Gute ist, mehr Gold können wir den eh nicht mehr geben. Das heißt, wenn sie uns killen, ähm, bringt's jetzt auch nicht so viel. Achtung, da komm oben oben, möchtest du wieder. Also wenn ich denen eh kein Geld mehr geben kann. Nooo! Okay. Na, der 12-0. Da kannst du surrender das Game. Ach, den nehm ich auseinander. Den war vorher noch ein Bender, glaub mir. Siehst du, Stub? Das hat die Mitte Geld ohne Ende. 1000. Der ist immer noch 800 Gold wert. Ja, ist so. Ähm. Oh, Mann, echt. Nee. Ja, das schaffst du nicht. Nein schaff ich tatsächlich nicht. Alter Naja fast Ich mach nen Trey Hier ist ein Wort Raffi, das sieht ich auf jeden Fall Sejuani könnte Toplane sein Dings kommt wieder runter Pike Ja ich bin tot, ich weiß Gratulation Hast du nen Ulti? Nein Boah jack Zwei Schüsse Ich komme Toplane Ja Aber hey, wir haben Pei gewusst Ja Ja Jetzt muss da noch ein Minion da am Weg sein Ja klar Alter Jetzt wer den gleichen Kill haben will hier Okay Vielleicht doch nicht so ein leichter Kill Ja So schwärft das jetzt bei Mavi nicht aus Ja irgendwie nicht Ja Jetzt lauter auch noch meine Minions Oh Mann Jetzt kann ich auf die Toplane gehen Ja 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 Es ist nur einer Wunsch. nein doch ja man ja ich habe sie noch gekillt ja Raffi wir nehmen das Team auseinander ja ist ja geil Alex Ulti jetzt zeig ich ihr habt dich schon längst geschossen tschüss Alex habe ich ja dich hinter dir nein ich bin tot was ist denn da Raffi ich habe gerade schon kurz gedacht die holte ich er hatte keine Bedenken gar keine ich hatte da null Bedenken oh oh aber jetzt er ist ziemlich geil auf meinen Arsch dein Arsch ist ja auch knackig ihr verkippt aber kein Geld mehr komm her Palk ich nehme dich auseinander in Molnborn klar kippt die verbundene Augen na quatsch mit einem kleinen Zeh sag ich doch einfach das ist ja auch ja wegen mir Wort, Wort, Wort Wort Ja und jetzt Wirst du Mit was das? Auto-Attacks Lieber Leute Keinen, macht keinen Spaß Ich glaube hier kommen ganz viele Leute Na dann killst du Wolltest du doch Ja ne Hast du Ulti, dann schieß Na die sind schon auf Baron Ach ne, das ist schon Ne ne, die pushen Aber der Peike Oh, dann gehst du schon So, vielleicht nicht, I guess Ach, ich glaube Achtung, da kommt noch mehr Ja, hinter mir Ich kann hier auf Top Bin schon Achtung, Redia kommt über den Bauer Sejani kommt runter Nein Zu langsam D gedrückt Egal Ha, ich hab Silvi noch gekillt Hehehehe Easy peasy lemon squeezy Ich sag nur, the mechanics So macht man das Immer die Gegner zum Ragen bringen Einfach Das ist mein Skill Was heißt denn nur Ulti Ich hab alle meine Spez gedrückt Also unbegneit Also mit dem Kopf auf die Tastatur Bad Einfach alles für einmal losgelassen Ja, nice Kaust du Morellikon Dingsbombs Mit welchem Geld? Ich frag das nur Weil ich mit deinen ersten Dings hole Den Stau Oh oh Alex, die kommen jetzt zu dir runter Cool Ja, aber wir müssen ja noch mehr Ich hab da kommen ein paar Hast recht, hier sind drei Ja, und da kommt noch mehr hinter dir Mh, will ich aber nicht Midlane Sieht mir irgendwie fest Ah, warum kriegt der den Kill? Ich bin da Alex, Ult Äh, Pike Vorsicht, Setscher Arnie Das hätte ich jetzt nicht erwartet Marvin ist zildet Er geht ab Ist nur am rumheulen Ja, komm ein bisschen näher Marvin Du machst da keinen Schaden Ich weiß, aber wie auch schon näher Oh oh Das macht echt so schade Arnie sollten abhauen Solange bis Raffi zu uns kommt Ich kann da glaub nicht rein Das kommt gleich ein Pike Ja, egal Ja, egal Das ist mit drin Ach, Ficht Oh, Ari ist auch noch hinter uns Ja, ich hab's getrunken Ja, aber du bist tot, also gut gemacht. Ich wollte ja echt schon weg, wo die hier gekommen sind eigentlich. Bekommen sie schon alle wieder. Egal, ich brauch nur meine 6 Items, dann mach ich sie alle mit meinem ultigen Blatt. Zwei hab ich ja schonmal. Oh, die kommen ja wirklich alle. Ne, einer ist von mir unten am Potem Lane. Ach du mal, wir sind alle alleine. Ja genau, der hat wirklich keinen Schaden. Nein! Oh, ich leb noch hinter ihm! Alter, das ist echt nur ein Schaden. Was kommt der? Ich krieg die mal von Tauern Schaden. Ach so. Au, 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 ja gut. Ach du shit. Seit wann kann der über die Mauer ziehen? Ja, nice! Raffi, Penta! Ja! Ja, ich will sehen wie du den Schaden machst. Ja, ich bin dran, dass du Rüstung oder so bist. Na und? Das ist Stück Raffi. Das ist eine Magie. Zum Glück ist ein Artfehler und kein Artfehler. Was? Ja. Mit sowas fiel ich auf der Taste. Das ist ein Gehirn. Klar, oder? Was? 28 Minuten, du hast deine Quest erfüllt, der Wünsch. P.P. Als Brand kaufe ich mir auch nicht das Wort Item. Das musst du aber kaufen. Ah. Worts werden überbewertet. Hallo, ich habe den höchsten Worts. Wir killen wir mal. Oh, wir killen. Ich sterbe gleich. Ich will nicht sterben, ich bin zu jung dafür. Raffi, komm, schieß drauf. Jetzt W drauf. Oh, was? Was machen wir? Alle Geräte ist weg. Ja, klar. Achtung, da kommt A, W. Nicht hinterher. W. Oh, was? Nein! Die Bates sind echt. Oh nein, der hat gar kein Tunnel. Oh nein. Dortchen. Rettet. Oh, vage. Ach, bleib doch hier, du dumme Nuss, du. Komm her. Ja, erstmal alle werden leidigen. Finde ich gut. Ah, jetzt kommt die wieder. Kommst du da weg? Achtung, der Setsuan ist auch noch. Lauf weiter, ooooh. Lächeln. Puh. Hm. Ja. Ja. Ja, aber können wir mehr machen. Ne. Schaffen wir nicht. Warum nicht? Aber ich bin gut. Wer? Okay. Die kommen jetzt alle zu euch halt, aber. Haltet sie auf. Blöd. Rettelhammer schon weg. Ja. Die kommen da. Oh oh. Smite. Rambon. Ignor. Das ist Drake. Tap Aaron. Ja. Ja. Oh oh. Warum machst du nicht einfach mit uns den Dörren? Ash Ash. Weil die Leute überall kommen. Oh. Und zurück. Ich habe jemanden gekillt. Ich habe jemanden gekillt. Ich habe jemanden gekillt. Ich habe jemanden gekillt. Weißt du mal, bevor man einen Baron macht, cleart man eigentlich erstmal. Ja, weißt du. Wenn alle draufhauen würden, wäre der längst gelegen. Ist doch jetzt egal. Ja, es ist passiert. Und das war's. Und Schluss. Hehehehe. Deswegen sterben wir so oft beim Baron. Ich habe jemanden gekillt. Ist egal. Mhm. Guckt. Seht. Seht euch diesen Ash-Einsatz ein. Ja. Ja. Ist egal. Was ihr habt. Ja. 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 Das machen die Dean Barren, oder? Wir dürfen halt in keiner engen Dings fighten. Hinter uns kommt halt die Setsuani, also müsst ihr aufpassen. Hinter uns hinter uns hinter uns. Hast du Ulti Alex, dann treffen wir irgendwen. Das ist so ne genaue Beschreibung, treffen wir irgendwen. Da muss man mal ein bisschen pushen hier. Der kommt da von der Seite. Double kill, bitches. Triple kill, bitches. Nein! Nein! Was zur Hölle? Der Tower hat mich auf einmal gefokust. Wahrscheinlich hatte ich noch Brand drauf, Dings drauf. Können wir finishen? Sivir ist gleich wieder da. Scheiß auf Sivir. Ich hab keine Ult. Ash-Regel. Kann ich regeln, Ash. Wer denn sonst? Bin ja nur mit Noobs hier unterwegs. Schnell, schnell. 5 Sekunden, dann kommt der eine. Hau einfach auf dem Dinger drauf. Ja man, easy! Ja man, easy! So unverdient. So unverdient. Jetzt noch easy reinschreiben müssen. lobberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber